Die geplante Steuergesetzrevision ist ein umfassendes Paket. Neben diesen für unser Steuersubstrat wichtigen Firmen werden nämlich auch der Luzern-Mittausstand und unsere Familien entlastet. Zum Beispiel steigt bei einer Annahme dieser Revision der Drittbetreuungsabzug von aktuell 6'000 auf neu 20'000 Franken pro Kind und Jahr. Auch der Kinderabzug wird vereinfacht, nämlich von 4 auf neu zwei Stufen und den Betrag auf 8'000 Franken erhöht. Das entlastet also nicht nur wirkungsvoll und sehr gezielt unsere jungen Familien, sondern fördert nebenbei auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau wegen dem sei ich am 22. September überzeugt zu dieser Steuergesetzrevision und sie doch sicher auch. Untertitelung des ZDF, 2020